Herzlich Willkommen zurück zur 59. Folge meines State of Decay 2 Projektes. Ich bin der Palzi, wir sind in der Todeszone. Ich habe versucht das Spiel zu bescheißen, indem ich kurz ins Hauptmenü gewechselt bin, wieder reinkomme, weil ich eigentlich den Charakter wechseln wollte. Aber die Quest hier poppt sofort wieder auf. Das ist, ja, Ergerlich. Das heißt, entweder Quest, Quest sein lassen. Wie geht es dir denn? Verletzung ist eigentlich minimal, das ist ein Witz. Partielle Infektion ist ein Witz. Achso, als ich wieder eingeloggt hatte, hat Karen gleich mal zwei Materialien kaputt gemacht. Auch sehr erbaulich. Wir haben nicht mehr allzu viel Materialien. Auch die Medis sieht nicht gut aus. Oh, wir kriegen 200 Einfluss pro Tag. Ach, das ist ja so dieser Nachrichtenfluss von den zertifizierten Menschen. Ich dachte, das sei ein Bonus auf den Einfluss, den man gewinnt. Aber die geben einfach 100 pro Tag. Okay. Ich sehe, ich sehe, ich sehe, ich sehe. Der Außenposten ist aufgewertet. Das heißt, auch mit sechs Personen haben wir jetzt kein Problem. Wie lang ist der Turn von Baker? Will ich da jetzt wirklich hinfahren? Die anderthalb Kilometer? Ja, so weit ist es auch nicht. Das sind zwei Minuten. Wir haben einen Außenposten in der Nähe, falls sie müde wird. Aber wenn ich mich an die Quest erinnere, dann wäre eine Schusswaffe schon besser. Und wir haben nur noch 18,762er. Die Mod ist installiert. Wir könnten also Gewehrmunition herstellen. Aber ihr seht hier, für 45 Schuss acht Muni müssen wir einsetzen. Wird besser, wenn man Chemiker oder sowas in Richtung Munition spezialisiert. Das tut in der Seele weh. Aber ich tue es. Okay. Damit wir zumindest einen Stack an 7,62er Munition auch mitnehmen können. Ach nee, kannst ruhig vollen Stack mitnehmen. Die Mission kann eklig werden. Jetzt habe ich einen von den starken Schmerzmitteln genommen. Ich voll Pfosten. Die Mission kann eklig werden. Nimm auch nochmal ein Erste-Hilfe-Kit mit. Sprich mit Marsch über seine Bedenken. Dann machen wir das auch noch. Marsch scheint hier in der Kommandozentrale zu sitzen. Erzählt wie der Witze, ne? Immer fröhlich. Wir kennen ihn. Marsch, es gibt aber bequemere Stühle. Denk an deinen Rücken. Einen gefährlichen Flüchtigen für Leute zurückbringen, die wir kaum kennen, das kann das Risiko nicht wert sein. Wir brauchen Verbündete im Kampf gegen die Blutseuche und diese Person muss der Gerechtigkeit ins Auge bringen. Aber bevor ich... Ne, das mache ich nicht. Ich wollte, war mir überlegen, ob ich den Materialienhändler rufe, aber wir sind jetzt schon ein bisschen mit ihr unterwegs und ich weiß nicht, wann die Müdigkeit einsetzt. Von daher kann es auch nicht schaden, wenn du noch eine Tasse Kaffee mitnimmst. Nein, nicht drei Tassen Kaffee. Eine. Drei Bloater. Kommen wir da vorbei? Ich sage ja. Da war es nur noch ein Bloater. Apropos ein Bloater. Und da kommt die Müdigkeit. Und da kommt die Müdigkeit. Das ist jetzt natürlich extrem rispant. Nimm mal den Kaffee. Der Bloater ist explodiert. Ich werde den Daku versuchen, wir mitzutun. Und den Rest dafür anstehen. Kaffee. Drei. Better keep an eye out for plague zombies. Drei. Woher? Hallo, Mieks. Ronald ist sofort nach dem Mord verschwunden. Wenn du ihn zurück und vor Gericht bringst, können wir Vorräte anbieten, um gegen die Seuchenherzen anzukommen. Na gut. Spooner fahren gegen. Das heißt, wir sollen erstmal prinzipiell in die Richtung fahren. Könnten dabei auch den Kopfgeldvermittler aufrufen. Vorne beim Norma abbiegen. Da kommen wir in die Gegend. Okay. Oh... Okay. Okay. Aber jetzt können wir ihn nur noch fänden. Fangen wir doch mal gleich hier an. Da sind aber eine Menge, aber jetzt weiß ich, was ich fühle, da kommt noch eine Horde rein. Kommst du klar da? Aber jetzt habe ich die Aufmerksamkeit von einigen zurück. Ups, das war nicht gut. War halt schon auf dem Gas, als ich noch rückwärts blickte. Ich fühle mich schlecht. Ich weiß, weshalb du hier bist, Sheriff, aber ich kann nicht ohne Beweise für meine Unschuld zurückkehren. Ich helfe dir dabei, diesen Beweis zu finden. Wonach suchst du? Geh mit Ronald zur Seconds Autowerkstatt und suche nach Beweisen. Da ist jetzt ein... Haben wir Feuer dabei. Sehr gut. Kann ich mit dir handeln? Ja. Okay. Sure. Sprit nehmen wir auf jeden Fall. Reparaturkit hast du leider nicht. Wie geht's denn mit Moni aus? Würde ich dir auch abkaufen. Okay. Let's just take a look see. Yeah. Hang 와. Hang mal mir. Guck mal. struggles. Jetzt vermutelt ja nichts. Guck mal. Guck mal. Das sieht irgendwie aus, wie ein Lamut hochkert. Lecker mich300 começiert. Ja. Das war, also ich bin, diesmal habe ich 100%ig C gedrückt und ich bin wieder auf der Karte gelandet und C und M auf der Kastaturin werden dermaßen weit voneinander entfernt. Du brauchst keinen Bruch. Wo sind die restlichen Zombies hier? Erstmal den Infektionsherd beseitigen, gehörst du dazu? Genau, kümmert euch erstmal um Ronald. Gut. 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 Was ist das? So, hatten wir schon mal gelootet, aber siehe da, auf magische Art und Weise ist da so ein riesen Päckchen erschienen. Nehmen wir, aber die kann man ihm geben. Ohne Munition. Ronald, das wird meine Unschuld beweisen. Würdest du mitkommen, um das Meeks zu zeigen und mich zu unterstützen? Na komm. Na steig ein. Na steig. 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 So, was ich jetzt auf gar keinen Fall will, ist die Sonntag, die wir jetzt hier weitermachen. So, Ronald, komm mal rein hier, wir brauchen gleich deine Hilfe. So, dann zeigen wir Meeks mal, was wir gefunden haben. Ich bin überrascht, dass er freiwillig mit dir zurückgekommen ist. Gibt es etwas zu berichten? Ich habe die Waffe gefunden, die er vermeintlich verwendet hat. Sie verursacht nicht so eine Wunde. Ich spreche mit Meeks. Ich schätze, wir wissen, wer der Mörder war, oder Sheriff? Wir stehen hinter dir. Funk uns an, wenn du irgendetwas brauchst. Jetzt haben wir ein paar Zombies angelockt, aber ich hoffe, die zwei, jetzt ist es nur eine Zweieinklage gekommen, damit klar, hier hätte ich was, was ich gleich verkloppen wollen würde. Ich nehme mal mit. Dann wachen wir mal die Tür auf. Ups, hinbefallen. Und auch diese Enklave stellt uns jetzt einen zweiten Bonus. Seuchenherzvorräte. Sehr gut. Und damit ist diese, mit diesem Bonus und der, also Seuchenherzvorräte und Hilfestellung ist die Enklave sehr, sehr viel wert. So, bevor jetzt aber die nächste Sheriff-Quest reinkommt, fahre ich nur zum Außenposten, um hier wirklich mal zu wechseln. Denn sie pfeift hier auf die letzten Loch mit ihrer Ausdauer. Und das heißt, Charakter wechseln. Hier war aber ein Juggie-Energie, vorhin zu drücken. Ach, ich habe ja ausgelockt zwischenzeitlich einmal. Jetzt wird es nämlich schon wieder müde. Mein Instinkt hat mich nicht getäuscht. Ich stelle mich auch ein bisschen weiter hinten, sodass ich auch noch tanken kann. Lade die Waffe noch nach. Gebe hier das Standard-Kram. Und dann wechseln wir jetzt wirklich von Baker. Möchte in der Rotation ein bisschen aus der Reihe tanzen, weil Carpenter noch gelevelt werden muss. Da wissen wir halt noch nicht mal, was der für einen Bonus liefert. Dass wir ihn zumindest mal auf Burger kriegen und auch Eisfisch braucht nach seiner Degradierung ja Erfahrungspunkte. So, du bekommst auf jeden Fall... Oh, wir haben so viele Rucksäcke, wir müssen dringend Händler kommen lassen und den ganzen Müll hier mal verkaufen. Braun und Schwarz ist sein alter Rucksack. Na, dann gucken wir mal. Braune Tarnung. Gebrannte Umbra. War Umbra nicht auch ein Braun? Hier, nimm den. So, auch du bekommst den Standard. Die ist beschädigt. Busch-Axt. Hast du irgendeine Spezialisierung schon? Nee, du kannst benutzen, was du willst. Dann bleib auf der Busch-Axt, soll mir recht sein. Ähm, wir wollen mit dir questen. Haben wir überhaupt eine Quest? Nö, haben wir nicht. Vielleicht ist 10 auch das Hardcap, da wächst überhaupt nichts mehr. Hm. Irgendwie das sind so die Seuchenherzen, die kann man auch zuletzt machen. Würde ganz gerne tatsächlich jetzt zum Bounty-Händler fahren, denn wir haben zwei Bounties abgeschlossen. Von was wir zusammenbauen können, war das nicht ein einzigartiges Event. Es gab eigentlich viele verschiedene Erkürzen über viele Locationen. Wir sind noch nicht sicher, was das bedeutet. M17 ist an sich eine schöne Waffe, aber auch 160 für die Reparatur. Wie viel hat die hier eigentlich? 16. Die können wir auch mal reparieren. Deshalb wird die verwertet. Die wird verwertet. Ja, waffentechnisch sieht das ein bisschen besser aus. Wir haben drei King-Valchers. Hallo? Diese Schrotflinte ist eine Sidearm. Die könnte man sogar noch mal aufheben. Hey, I have a proposal for you. Let's meet. Wandernder Händler, könnten wir uns auch angucken. Ja, ich brauche hier nicht großartig rumverwerten. Was wir auf jeden Fall mitnehmen. Wir wollen aber hauptsächlich lupen gehen, Palzi. Na gut. So. Sprit und ein Reparatur-Kit. Er hat eine Tür. Er qualmt nur weiß. Wozu brauchst du so ein Reparatur-Kit? Ich habe gerade nur weiß gesagt. Ich glaube, ich werde langsam ein bisschen wahnsinnig. Hat dich Dottis Tod nicht gelehrt, dass man... Was haben wir für einen Händler? Rote Klaue-Agent. Ohohohohohoho. Also Plan. Erstmal dahin. Beim Rote Klaue-Händler können wir vielleicht ein paar hübsche Waffen angreifen. Aber Palzi, du schießt doch nicht. Ja, aber die Leute schießen bei der Basisverteidigung. Gut, gut. Nee, hier geht's noch rein, oder? Jeder Mieste ist kurzer. Ich bin sorry, dass ich dich verletzen kann, aber wir können einen Sheriff aus hier nutzen. Wie kann ich mich verletzen? Mach dich zu Hause. Hallo, Cash. Hallo. Hier sind meine available Bounties. See what catches your eye. So, das... M1A1 Thompson. Und hier haben wir eine Schrotzinde. Okay. Das wird alles nicht passieren. Okay. Das schaffen wir. Sieben Freaks mit Fahrzeugen ist überhaupt kein Thema. Ach, gucken wir uns das mal an. Ach, gucken wir uns das mal an. So, war da jetzt noch irgendwas? Was leicht aufgebläht mit Sprengstoff. 20 Sets mit Klingenwaffe ginge. Das interessiert mich nicht. Fahre 5 Kilometer. Gibt 100 Einfluss. Also machen wir deutlich mehr. 50 Zombies, während ich gedruckt bin. Ach, warum nicht? Zombie-Bedrohung zu Hause. Der Händler ist noch 24 Minuten da. Also fahren wir erst nach Hause. Sacken die Belohnung ein. Was haben wir denn hier noch? Oh, eine Scheune mit... Na gut, Farmlager. Mit Futter und Munition. Ich muss schon wieder vor mich hinten drin. Jetzt sehen wir die Küche better. So, wie sind die Wetten? Wie sind eure Tipps? Ich sage, Munition gibt es hier auf keinen Fall und Futter ist auch eher unwahrscheinlich. So, das war schon einer von den 50 Zombies, während ich geduckt bin. Also, ich glaube nicht, dass hier ein Packsack drin ist und auch drüben das Fässchen sieht nicht so aus, als sollte ich da was bekommen. Aber es heißt ja auch, der Ort kann Wolken. Unsere Erwartungen wurden nicht enttäuscht. Meine zumindest nicht. So, zurück zur Basis. Ups. Genau, und danach fahren wir zum Wandernden Ende. Wie soll es doch mit dem Wagen nicht querfeld einfahren? Ja, krass. Oha, a floater? Oha, a floater? These should be helpful. I picked them up while I was out. Das ist immer von Wagen nicht. Die Wirkenssägeischen Entwünftung. Ich brauche der Wagensprit. Medis und Munition kann beides rein. So, dann nehmen wir eine gescheite Waffe. Was haben wir denn noch? Hier die. Bisschen Uni. Bisschen Feuer. Ein paar Granätchen. Und... Geurteilen wird die nicht vergessen. Hier kommen sie. Alle zurück zu arbeiten. Warte. Der Screamer ist da. Ah, Strom ist raus. Wir machen den Strom wieder an. Damit wir weiter drin werden können. Aber gut funktionieren. Wollen wir irgendwas... Ne, ist nichts. Aber können wir dann ja anwerfen. Geos schauf. Das war das. Carpenter braucht definitiv auch... Den fünften Skill. So, was habe ich gesagt? Wir brauchen einen Mediziner. Also für die drei verbleibenden Slots. Also jetzt haben wir noch zwei. Aber er ist ja hier unbeschriebenes Blatt. Also verabschiedet er sich jetzt erstmal. Denn die Zeit ist reif. Ich hoffe euch hat die Folge gefallen. Wenn dem so sein sollte, dann würde ich mich wie immer über ein Like freuen. Alles Gute für euch. Euer Palzi.